Es sind alles keine Themen heute, auch wenn sie sich brennend interessieren. Aber es ist heute am Tag vor dem Halbfinale, geht es auch nicht um die Zukunft der einzelnen Spieler. Auch wenn das interessant ist, Mo kriegt gerade seine Einsatzzeiten, die er sich redlich verdient hat. Und da hat sich auch nichts daran geändert. Er trainiert auf einem absolut hohen Niveau. Es ist nicht leicht, so lange so sehr zurückzustecken und dann so abzuliefern. Das hat er getan. Er hat jetzt ein sehr schweres Spiel gekriegt in Schalke, ein Auswärtsspiel. Und da hat er jetzt nochmal die Einwechslung gegen den HSV. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir hier und jetzt bleiben. Die Szenarien, die es da geben kann, auch alle erst intern besprechen, um uns dann auch für Szenarien zu wappnen, uns vorzubereiten in der Kaderplanung. Und dann können wir gerne auch öffentlich dazu Stellung beziehen. Aber die Saison ist nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil, beginnt morgen ein wichtiges Kapitel in dieser Saison. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf bündeln. Das ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf bündeln. Und dann können wir unsere Aufmerksamkeit darauf bündeln. Und dann können wir unsere Aufmerksamkeit darauf bündeln. Und dann können wir unsere Aufmerksamkeit darauf bündeln.